Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es darum, wie ihr eure NVIDIA-Grafikkarte effektiv auf euren Monitor einstellt, um zum Beispiel Tiring zu verhindern. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Tiring ist, das sind diese Zeilenausrisseffekte, wenn ihr zum Beispiel schnelle Bewegungen beim Spielen vollzieht, sozusagen. Und die sieht man, indem zum Beispiel Gegenstände, die eigentlich gerade sein sollen, zum Beispiel wie den Laternenpfahl, einfach total verzerrt werden. Und das sind sogenannte Zeilenausrisseffekte. Und in diesem Video geht es darum, wie man diese Effekte zu 99 bzw. zu 95% verhindern kann. Und das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein sogenannter G-Sync bzw. FreeSync-Monitor. Das liegt einfach daran, dass beim FreeSync, wenn ihr eine FPS habt oder eine FPS-Anzahl unter der Bildwiederholrate von eurem Monitor, dann tritt das sogenannte G-Sync bzw. FreeSync in Kraft und dann habt ihr keine Zeilenausrisseffekte in dem Sinne. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Ich zeige euch das Ganze anhand einer NVIDIA-Grafikkarte, weil ich leider keine AMD-Karte hier habe. Es sollte bei einer AMD-Karte aber genauso funktionieren, weil das Wichtige ist wirklich, ihr habt einen Monitor, der FreeSync bzw. G-Sync unterstützt und ihr habt natürlich auch eine Grafikkarte, die das kann. Ich glaube, bei NVIDIA sind das Grafikkarten bis zur GTX 1070, vielleicht noch ein bisschen vorher. Das sind Karten, die das alles können. Und ich zeige euch, wie ihr das Ganze einstellt. Zuallererst, wenn ihr natürlich euren Monitor habt, müsst ihr erstmal schauen, ob bei eurem Monitor überhaupt FreeSync bzw. G-Sync eingeschaltet ist. Dafür geht ihr einfach mal bei eurem Monitor ins Menü, nicht in Windows, sondern direkt im Monitor. Ich blende es euch mal ein. Da geht ihr einfach ins Menü und guckt mal, ob da bei euch FreeSync auf 1 steht, weil das ist ganz wichtig, sonst funktioniert die ganze Sache nämlich nicht. Und wenn ihr das gemacht habt und ihr wisst, okay, FreeSync ist jetzt bei euch angeschaltet, dann geht ihr jetzt einfach mal, macht ihr jetzt mal so einen Rechtsklick auf euren Desktop und geht mal in die NVIDIA-Systemsteuerung. Und in der NVIDIA-Systemsteuerung, wenn sie sich jetzt mal öffnet, habt ihr dann hier den Punkt G-Sync einrichten. Und hier sieht man das. Bei mir ist zum Beispiel G-Sync-Kompatibilität angeschaltet. Das ist egal, ob ihr jetzt einen FreeSync oder einen G-Sync-Monitor habt, weil seit einem Treiber, der vor, glaube ich, einem Jahr oder über einem Jahr rausgekommen ist, ist es mittlerweile auch möglich, mit NVIDIA-Grafikatten, dass die auf einem FreeSync-Monitor auch zu 100% funktionieren. Deswegen, wenn ihr das habt, dann sollte das alles klappen und dann stellt ihr das am besten genauso ein, wie ich das hier habe. In meinem Fall habe ich jetzt hier zwei Monitore. Ich habe natürlich hier einmal den ED32-3QUR. Das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr einen Monitor habt, der FreeSync hat, dass ihr da die Treiber installiert habt in eurem Windows. Weil es gibt teilweise auch für Monitore Treiber, die man installieren sollte. Und das am besten macht ihr das, indem ihr einfach mal euren Monitor googelt beziehungsweise auf die Support-Seite eures Monitors geht. Dann habt ihr wie bei neuer Hardware, die ihr zum Beispiel ansteckt in eurem Rechner, habt ihr da Treiber und könnt dann die Treiber runterladen und installieren. Wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr das auch einfach nochmal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich euch das vielleicht auf euren Anwendungsfall bezogen nochmal irgendwie schreiben, wenn ihr da Probleme habt. Aber ganz wichtig, ihr solltet definitiv euren Treiber von eurem Monitor installiert haben, weil das kann schon einige Probleme, was Turing betrifft, beheben. So, zuallererst natürlich wählt ihr hier euren Monitor aus. Geht hier auf Einstellungen für das ausgewählte Anzeigemodell aktivieren. Denn ihr wollt ja auf diesem Monitor zum Beispiel, oder wenn ihr mehrere habt, könnt ihr natürlich auch bei mehreren aktivieren. Aber in meinem Fall möchte ich bei diesem Monitor meinen FreeSync bzw. G-Sync aktiv haben, bzw. dass es funktioniert. So, habt ihr das gemacht, dann ist euer FreeSync bzw. G-Sync schon mal aktiv. Dann geht ihr jetzt hier in die 3D-Einstellungen verwalten und dann unter globale Einstellungen. Da gibt es jetzt einen Punkt, der heißt maximale Bildfrequenz. Das ist hier unten. Die Sache ist die, wir müssen jetzt nämlich die Bildfrequenz limitieren. Ihr wollt ja nicht, dass ihr mehr FPS habt, als euer Monitor eigentlich schafft. Das heißt, ihr müsst jetzt gucken, wie viel Hertz habt ihr. Das ist, in meinem Fall habe ich hier einen Monitor von Acer. Das ist ein 75 Hertz Monitor. Das heißt also, ich gehe jetzt hier hin und stelle einfach mal hier mit dem Regler 74 FPS ein. So, zum Beispiel. Und dann macht man das Ganze auf OK und auf Übernehmen. Es ist immer gut, wenn ihr einen FPS weniger nehmt, als jetzt zum Beispiel eure Bildwiederholrate. Das heißt also, wenn ihr einen 75 Hertz Monitor habt, dann nehmt ihr 74 FPS als Grenze. Wenn ihr einen 60 Hertz Monitor habt, nehmt ihr 59 FPS. Aber wie gesagt, das könnt ihr rumprobieren. Also ihr könnt auch gerne mal mit 60 FPS probieren. Wenn es dann bei euch da besser läuft, könnt ihr das nehmen. Ansonsten würde ich empfehlen, bei mir war es zumindest so, dass das Tearing erst weg war, nachdem ich die 59 FPS ausgewählt habe. Wenn ihr das gemacht habt, dann speichert ihr das Ganze ab. Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, macht kein V-Sync an über eure globalen Einstellungen. Das könnt ihr auch machen. Aber in meinem Fall ist es so, dass ich zum Beispiel gerne mal streame. Und durch das Streamen wird natürlich ein bisschen mehr gefordert, als jetzt zum Beispiel, wenn ihr nur ein Spiel anhabt. Und ich habe dann oft das Problem gehabt, dass dann das V-Sync aktiv war. Und dann hatte ich die ganze Zeit gelockte 30 FPS, weil die FPS gerne mal ein bisschen mehr gewechselt haben. Deswegen, ich empfehle euch nicht, dass ihr V-Sync aktiviert. Weil das G-Sync das quasi ja für euch übernimmt. Weil ihr seid ja bei 74 FPS, bei der maximalen Bildfrequenz, unter der Herzanzahl vom Monitor. Und somit wird dann euer Free-Sync bzw. G-Sync aktiv. Und wenn ihr darüber seid, dann ist es eben nicht mehr so der Fall. Deswegen müsst ihr das ganz genau einstellen. Wie gesagt, in meinem Fall hat es funktioniert. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also mehr muss man da gar nicht einstellen. Wenn ihr das habt, dann solltet ihr kein Tearing mehr haben. Beziehungsweise das meiste Tearing sollte weg sein. Wenn ihr natürlich noch Probleme habt, schreibt es in die Kommentare. Ich helfe euch da wirklich so gut ich kann. Ich gehe auch, wenn ich es schaffe, wirklich auf jeden Kommentar ein. Oder ich versuche es zumindest. Und wenn ihr sonst noch weitere Probleme oder Fragen habt, schreibt es einfach auch in die Kommentare. Oder wenn es euch geholfen hat, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich definitiv freuen. Und ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.